Wir reden ja viel über das, was mit CRISPR in der Zukunft alles möglich ist. Mehr Ertrag von resistenteren Pflanzen mit besseren Inhaltsstoffen. Vieles davon wird gerade noch erforscht. Heute zeige ich euch aber drei Beispiele, wo wir schon jetzt bessere Pflanzen erzeugen konnten. Dank CRISPR. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen ja schon eine ganze Weile an CRISPR und einige davon konnten wir euch auch schon hier auf dem Kanal vorstellen. Die meisten stecken aber immer noch tief in der Forschungsarbeit und sind noch lange nicht fertig. Aber weil ich weiß, dass einige Leute immer wieder sagen, wo sind denn jetzt die tollen Ergebnisse, ihr versprecht uns immer so viel, gibt es heute mal ein paar Beispiele von Forschungsprojekten, die es ohne Genomeditierung nicht gegeben hätte. Dazu habe ich einfach alle Literatur zur Pflanzenforschung gelesen und dann die besten für euch rausgesucht. Naja, nicht ganz. Glücklicherweise hat die Arbeit schon mal jemand anderes für mich gemacht, nämlich Dominik Moczewski. Mein Name ist Dominik Moczewski. Ich habe an der Universität Hohenheim Agrarwissenschaften im Bachelor studiert und im Master Agribusiness. Und seit letztem Jahr bin ich im Julius-Kühn-Institut in Quedlingburg im Institut für die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen angestellt. Dominik hat für das Projekt Dialog GEA eine Datenbank erstellt, in der alle Publikationen gelistet sind, die Genomeditierung in der Pflanzenforschung einsetzen. Und er war so nett, mir seine drei liebsten Publikationen zu nennen. Ja, deswegen kommen jetzt die spannendsten drei Forschungsprojekte, die es ohne Genomeditierung nicht gegeben hätte. Erstens, ewiger Schlaf für den Bananenvirus. In Bananen schlummert die Gefahr, also in einigen Kultivaren, speziell dem AAB-Typen. Dort versteckt sich die Sequenz für ein Virus im Genom, der dann aktiviert wird, wenn die Bananenpflanze gestresst ist, zum Beispiel durch Trockenheit oder andere Erkrankungen. Dann wird der schlafende Virus geweckt und aus den Genen werden wieder Virusproteine, die der Pflanze schädlich werden können. Deswegen muss man extrem vorsichtig bei der Züchtung mit diesem Typ sein. Und manche Kreuzungen sind einfach nicht möglich, selbst wenn das Ergebnis andere Eigenschaften hätte, die eigentlich total toll sind. Die Forscherinnen und Forscher um Yair Indra Tripathi aus Kenia haben 2019 CRISPR-Cas9 eingesetzt, um den Virus für immer schlafen zu legen. Sie veränderten mehrere Bereiche bei den Genen für den Virus, so dass keine funktionsfähigen Virusproteine mehr gebildet werden konnten und der Bananentyp AAB wieder für die Züchtung genutzt werden kann. Denn egal wie sehr sie die Pflanzen stressten, der Virus wurde nicht mehr aktiviert. Danke CRISPR Nummer 1. Nummer 2. Der kann auch Salz an den Reis. Die Versalzung von Böden ist ein großes Problem. Durch landwirtschaftliche Nutzung, durch langjährige Bewässerung und auch durch natürliche Faktoren können Böden stetig salziger werden. In Küstenregionen zum Beispiel vermischt sich, das Meerwasser mit dem Süßwasser vor Ort und so werden die Böden auf Reisplantagen mitunter stetig salziger. Zu viel Salz ist ein großer Stressfaktor für Pflanzen, denn es verhindert die effiziente Aufnahme von Wasser. Deswegen suchen Forscherinnen und Forscher ständig nach neuen Sorten, die besonders salzresistent sind. Aber auch hier kann CRISPR-Cas9 helfen. Die Forscherinnen und Forscher rund um einigen Zhang aus China konnten mit CRISPR-Cas9 das Gen OSRR22 ausschalten, von dem wir aus der Grundlagenforschung wussten, dass dessen Verlust zu mehr Salztoleranz führt. Anstatt jetzt mit diesem Wissen Reissorten zu mutieren und zurückzukreuzen, nutzten die Forscherinnen und Forscher CRISPR-Cas9, um dieses Gen gezielt auszuschalten und somit die Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen. Danke CRISPR! Nummer 2. Und wie lange das mit den Mutationen und den Rückkreuzungen dauert, das seht ihr übrigens hier in diesem Video. Zum Glück! Denn Züchterinnen und Züchter veränderten über Jahrhunderte hinweg das Genom der Wildtomate und erzeugten so die vielen unterschiedlichen Sorten, die wir heute kennen. Die Originaltomate war nämlich klein, schmeckte nicht sehr lecker und ließ sich auch nur sehr schlecht anbauen, weil sie so buschig wuchs und nur wenig Früchte trug. Nun hat die jahrelange Selektion aber auch Nachteile. Die Ziele von früher sind nicht unbedingt die Ziele, die wir heute haben. So hat die Optimierung von Größe und Wuchsform zum Beispiel dazu geführt, dass bestimmte Inhaltsstoffe in den Tomaten, wie wir sie heute anbauen, in geringeren Mengen vorhanden sind als in der Wildtomate. Jetzt können wir ja nicht einfach 100 Jahre zurückgehen und die Tomate nochmal züchten. Die Züchtung würde wieder viele Jahrzehnte dauern, bis wir zu einer Sorte kommen, die genauso robust ist wie das, was wir heute anbauen. Na gut, mit CRISPR geht das schon. Agustin Zöden und seine Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien nahmen sich den Ursprung der Tomate, Solanum pimpinelli folium, und wählten sechs Zielgene aus, die sie dann in einem Schritt veränderten. Dadurch verbesserten sie das Wachstum der Pflanze, die Früchte wurden größer, röter, schmackhafter und beinhalteten mehr vom Nährstoff Lycopen. In nur einem Schritt vollzogen sie die Domestizierung der Wildtomate, ein Prozess, der einmal viele, viele Jahre gedauert hatte. Die erzeugte Tomatensorte ist noch nicht reif für den Markt, dafür fehlen noch ein paar Schritte. Die Studie ist vor allem ein Proof of Concept, dass es sich lohnen kann, in alte Sorten zurückzugehen und die mit dem heutigen Wissen nochmal neu anzupassen. Danke CRISPR Nummer 3. Ach ja, und vielen Dank an Dominik für seine Unterstützung bei diesem Video. Wenn ihr mehr Erfolgsmeldungen von Genomeditierungen in wissenschaftlichen Studien sehen wollt, dann schaut euch mal seine Datenbank an, die er für Dialogier in einem Repositorium angelegt hat. Und wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr auch noch seinen Adventskalender im Internet bewundern, wo er jeden Tag eine Studie vorstellt. Die Links zu dem Repositorium und dem Adventskalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch ein Interview mit Dominik, das er für den Kanal Dialogier gegeben hat. Außerdem findet ihr natürlich auch Links zu allen Publikationen, über die wir heute gesprochen haben. Eine Sache habe ich noch. Vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir nominiert mit dem Kanal im Finale des Fast Forward Science Wettbewerbs 2019. Und wir haben gewonnen. Wir haben den zweiten Platz in der Kategorie Vision gewonnen. Und das mit Sicherheit auch dank euch, denn wir konnten uns hier eine kleine Community aufbauen. Und das hat auf jeden Fall dabei geholfen, die Jury davon zu überzeugen, unser Video für den zweiten Platz zu wählen. Ich empfehle euch auch, euch die anderen Gewinner-Videos aus dem Fast Forward Science Wettbewerb anzugucken. Da sind ein paar echt gute Sachen dabei. Auch das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mehr zu CRISPR hören wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Lasst ein Like da und ein Abo für den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schaut euch vielleicht auch ein paar von den anderen Videos an. Zum Beispiel das CRISPR FAQ, das ein paar allgemeine Fragen zu CRISPR beantwortet. Das war's erstmal. Bis bald!